Und direkt auch wieder hier beim Destiny Projekt. Ja, ich logge mich mal ein und wie gesagt auch immer auslangen, damit man halt auch nachvollziehen kann, dass ich hier doch war. So, jetzt wollte ich die Spawner hier wieder abbauen. Haha, wo hast du keinen Block aktualisiert? Jetzt ist er. Tod dem Zombie. Na komm her. Tod dem Zombie. Jetzt haben wir drinnen, ein Cobblestone kann man vollzieht mal mitnehmen. Hier, die kann man mitnehmen, kann man mitnehmen. Sand kann man auf jeden Fall, oh warte mal, dann nicht noch Leder, kann man immer mitnehmen. Nächste Etage. So, nun ausleuchten. Lage checken. So. Schwinden sind in dem Fall uninteressant. Interessanter sind immer die alten Skelette. Zack. Jetzt haben wir drinnen Pfeile, Sense, Cobblestone und einen Bogen. Zuerst mal das Inventar lernen. Dankeschön. Nächste Abteilung. Ah, jetzt haben wir. Ah, jetzt haben wir. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, was er hat. Sprint, Goveti, Alchemist. Ja, lass ich mal von den anderen töten. Oh, Minisweiler. Zack, damit abbauen, was ist das eigentlich? Silk Touch, ne? Schade, kann man nicht abbauen. Wo kommt die denn her? Wo kommt ihr denn her? So, was snacken. Äh, hier kann das alles raus. Das weiß ich nicht, das ist ein komischer Block. Na, geht rauf. Nichts besonderes, glaube ich auch. Ich werde gerade getroffen von so einer ollen Spinne, die hier oben festheckt wieder. Oh nein, Minispin, die sind so nervig. Weil die können ja überall hin. Minispin. Ja, Eisenwerkzeug, könnte man zur Not noch später einbrennen. Koppelstorn, was ich nicht abbauen muss, kann ich hier drin lassen. Minispin. Na, geht doch down. So, erstmal wegräumen. Platz für die anderen Dinger schaffen. Zack. Doppelt. Ne, sieht auch wieder wie Cave aus. Der hintere ist es. Ne, sind beide Spiders. Und Zombies sind oben, dann sind oben auch noch Cave Spiders. Ne, was hat der jetzt geschlagen? Nein. Löse Spinne. Wie gesagt, hier einfach, wenn so eine Spinne hier kommt, einfach hier hinterstellen. Die kann nichts machen. Bücher, Regale, Lohnrouten. Ne, auch nichts Interessantes drin. Ich schaue, was da gleich ganz oben ist. Da oben ist immer was Interessantes drin. Sind aber noch nicht ganz oben drin. Cave Spider. Zombie. Vielleicht irgendwie Piratenschiffe, die lohnen sich meist eher. Muss ja immer nebenbei auf die Uhr gucken. Hexical Diamond. Gysal. Ja, komm mal mitnehmen. Oh, Villager Zombie. Danke. Ach komm, Spinne geht einfach drauf. Guten Tag. Oh, was haben wir denn hier? Schickes gehabt. Na, danke. Langsamkeit. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Flickshand, alles klar. Geht aber auch schnell vorbei. Okay, hier oben ist der Boss anscheinend. Ja. Der backt ein bisschen, ne? Auch ein bisschen komisch. So. Schnell noch eine Etage runter. Und jetzt einfach raus. Puh. Geht jetzt auch kaputt? Es hieß, dass sie kaputt gehen. Ja. Die gehen jetzt auch kaputt. Nächster Tower geschafft. Fett. Was gab es so sonderes? Ein Whiff Blade. Dün, 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 Clay ist immer gut. Ja, so ein Soulweeper ist auch geil. So, dann ist das Ding voll. Oh, warte mal, den würde ich mal hier walten. Lilly, Pat. So, wie viel Cobblestone kommt mir der jetzt entgegen geflogen? Jetzt kommt der immer noch ein bisschen Cobblestone entgegen geflogen. Und die kann man sich auch fast geil einquartieren, sag ich immer. So. Na, hier könnte man sich einquartieren eigentlich, aber nö. Was haben wir denn noch da vorne? Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel Platz habe. Ah, Chest hätte ich noch. Was ist denn hier noch? Ach, so eine olle kleine Festung. Soll ich die? Ne, die kann ich noch nicht ausräumen. Ich brauch davon noch ein paar Big Packs. Ich will jetzt einfach mal... Oh, jetzt ist mein Stuff natürlich leer. Ich will eben schnell nach Hause flitzen. Klopp. Ich kann nicht, wer jetzt das Lied ist. Das ist eigentlich ganz geil. Müssen wir mal nachschauen. Aber das war jetzt Plus. Ah, das zeigt ja gar nicht an. Ich soll eben kurz... Wenn wir auf den Baum springen, will mal gucken, welches Lied das dann war. Welches war das denn? Ach. 134. Hä? Hier waren wir. Das hat aber bestimmt das wieder aufgezeichnet. Hatte ich nämlich schon mal gehabt. Dass er das einfach mit aufgezeichnet hat. 134. Das gefällt mir, das Lied. Oh, das gefällt mir auch. Hier. Oh. 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 Gab's denn... Oh, shit. Einer... Okay, eine reicht erstmal. Aber ich brauch auch mehrere für... Nur für Fleisch. Wurde ich auch genug in der Wüste, diese ganzen komischen Tierchen. Habt ihr auch mal Dillus. Einer. Ich wusste nicht, ob ich noch Fackeln bräuchte eigentlich. Ich glaube, ja. Das haben wir weggeräumt. Ah, ich räume jetzt so nah und nah bei mir alles weg, damit hier auch keiner auf dem dummen Gedanken mir alles wegklaut, sozusagen. So, ohne Dücker Mist, einfach hier rein. Zwei Kisten. Können wir da ein paar Kisten füllen. Kisten tauschen wir mit dem Leder. Und da habe ich so dieses Big Pack. Ah, das ist mal alles raus hier. Da habe ich gar keine Zeit zum Sortieren. Wie geht das nämlich ganz einfach? Einfach alles reinschmeißen. So. Leermachen und in die nächste Hügel gleich bzw. in die nächste Ding reingehen. Und was wir alles finden, kann man noch gut benutzen. In der Giant Swan ist immer geil. Fragungspunkte, Magic Gesensen. Super. Gefällt mir doch gleich. Und kein Platz da drin. Na, Skelett. So, da jetzt es dunkel, ja hell wird, wollen die sich natürlich in mein Haus reinbegeben. Gibt es aber nicht. Nicht für ungewählte Gäste. Giant Sword, weiß ich nicht. Lass ich mal hier. Eine Rüstung. Was haben wir an Rüstung noch hier? Meine ist fast kaputt. Hab ich irgendwie einen Helm? Oh ne, ne? Blub, 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 blub. Ne, ich habe noch nicht mal einen Helm. Egal, ich habe eigentlich ein gutes Schwert. Aber warte mal, das können wir eigentlich auch. Propos gutes Schwert. Gehen wir mal hier unten hin. Und sagen dem lieben Schwert. Geht er mal auf Sharpness. So. Und wir haben null Erfahrungspunkte. Sharpness 5 zieht dem Ding gleich noch mehr Leben ab. Und dann geht es auch wieder zurück. Oh, jetzt habe ich Grenades mit. Wo brauche ich denn die Grenades mit? Was sind denn jetzt? Was sind das? Electric und Windgrenades. Oh, die sind richtig mies, die Dinger. Wenn die einer gegen den Kopf bekommt, beziehungsweise im Kampf kriegt, dann hat er aber gute Nacht für den Moment. Da ist nicht mehr zu Spaß mit den Dinger. Ich hätte mir auch eine Scale-Rüstung einpacken können. Naja, ist egal. Vielleicht finde ich irgendwas. Und ein Block, irgendwas Blockmäßiges hätte ich mitnehmen sollen. Ah. Naja. So. So. Das vorne war jetzt so eine Festung. Ne, hier ist nochmal ein Turm. Da sollen wir erst hin kap... Ne, sieht so kaputt aus. Was ist denn mit dem Turm los? Tag. Oh, das sieht... Was ist denn hier los? Hier ist nichts. Wo ist's? Hallo Biber. Hier ist aber irgendwie gar nichts. Ist aber auch nichts drin. Ah. Ah. Kriege ich ja jetzt schon Hass. Mach's Kieks. Na, den, 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 den. Creeper-Spawner. Der war natürlich gleich gewesen. Okay, einmal Brot. Naja. Nicht das Beste. Kann man auch nicht jetzt... Achso. Guck. Ein bisschen Weizen. Kann man mitnehmen. Nahrung. Immer wichtig. Was ist denn da unten gewesen? War da Gras oder ne Truhe? Ne, das ist Gras gewesen. Guten Tag. Ne, die können wir noch mitnehmen. Einmal kann man immer gebrauchen. Brot, komm, das nehmen wir auch noch mit. Was ist das für komische Tower hier? Nein. So. Nein. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Warte mal. So. 15er Schaden gibt's jetzt erstmal. Ah, ich schieb da hier schon ne Welle. Die Klauboots hat auch immer hier genau den passenden Punkt zu öffnen, ist gemein. Bam. Eisen ist gut. Ja, warte mal, die Eier. Eier, Eier, aber auch die Menschheit Eier. Nass. Wie jetzt hier. Hallo? Ich wollte doch nur da hoch springen. Achso, kann ich nicht ganz. Ne, gibt's auch nicht besonders, oder? Täusche ich mich jetzt. Ne, gibt's nix besonderes. Hier so ein paar Fäden noch, die kann man immer mitnehmen. Aber sonst gar nix interessantes. Na gut, ein Schokopedia immer wieder. Das ist aber nix berauschendes, was ich jetzt dachte hier. Wow. Hätte mal eigentlich ein richtiger Tower sein können. Hätten wir mal durchwaschen können wieder. So, da vorne ist irgendwas und da... Also in beiden Richtungen ist da was. Ich weiß jetzt nicht, was das kleine da vorne ist, aber so irgendwas mickriges, glaube ich. Wird bestimmt nicht allzu viel sein. Schauen wir mal eben. Guten Tag. Hier ist nix. Okay, Spyder. Ein Creeper Spawner. Sonst auch nix hier. Ein paar Erfahrungspunkte. Wow, sammeln. So, dann gehen wir da hin. Flup. Flup, 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 flup. Da gehen wir hin. Und da unten ist nämlich auch so... Sieht man ja, dass es eindeutig eine Festung ist. So, hier müssen noch paar... Hier keine Leute drinnen? Na ja, dann geh ich da halt rein. Wenn keine Leute hier sind, dann geh ich hier rein. Oh, das hört sich wie Gremlins an. Ist das wahr? Ach, Goblins auch noch. Nein! Jawoll. Busch. Zack, Zombies wurden abgebaut. Klatsch, gibt's direkt was auf die Fresse. Direkt nicht nachfragen, einfach auf die Fresse hauen. So, wir gehen jetzt hoch. Fünfzehner Schaden. Ach, komm. Aber ich würde sagen, da wir grad hier safe stehen... Disconnecte ich. Und ich würde sagen, ich hoffe, er hat's euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir die Festung durchstöbern. Tschüss! Tschüss! Schau!